Bergisch Gladbach ist eine große kreisangehörige Stadt im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Als Kreisstadt ist sie auch Mittelzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises. Im Westen grenzt sie unmittelbar an Köln, im Norden an Leverkusen. Beide sind kreisfreie Städte. Es folgen im Urzeigersinn Odental, Kürten, Overath und Rösrath, die alle zum Rheinisch-Bergischen Kreis gehören. Mit etwa 110.000 Einwohnern gehört sie zu den kleineren Großstädten in Deutschland. Die heutige Stadt entstand zum 1. Januar 1975 im Rahmen der Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen, als die alte Stadt Bergisch Gladbach durch das Köln-Gesetz mit der bis dahin selbstständigen Stadt Bensberg und der Ortschaft Zilt ging, die zur Gemeinde Odental gehörte, zur neuen Stadt Bergisch Gladbach vereinigt wurde. Durch die Fusion konnte die Einwohnerzahl 1977 die Marke von 100.000 überschreiten, womit Bergisch Gladbach Großstadt wurde. Geografie Bergisch Gladbach liegt etwa 10 Kilometer östlich des Rheins am kräftig ansteigenden Westrand der Bergischen Höhen gegen die Niederrheinische Bucht. Im Westen grenzt die Stadt an Köln. Der höchste Punkt des Stadtgebiets ist der Dreispringen mit 267,3 Meter Ü. NN Der niedrigste liegt westlich von Refrat am Klärwerk Binningsfeld auf 51,2 Meter Ü. NN Die größte Ausdehnung des Stadtgebiets beträgt in Nord-Süd-Richtung 12 Kilometer und in West-Ost-Richtung 14 Kilometer. Stadtgliederung Das Stadtgebiet Bergisch Gladbach ist nicht in Stadtbezirke mit eigener Bezirksvertretung eingeteilt. Man unterscheidet für statistische Zwecke lediglich sechs statistische Bezirke, die fortlaufend nummeriert sind und sich in mehrere Stadtteile mit eigenem Namen unterteilen. Es handelt sich überwiegend um Bezeichnungen für ehemals kleinere Siedlungen, aus denen sich das heutige Stadtgebiet entwickelte oder um Neubaugebiete, deren Namen sich zur besseren Orientierung im Laufe der Zeit eingeprägt haben. Benzberg war bis 1975 eine selbstständige Stadt. Sildgen gehörte vor 1975 zur Gemeinde Odental. Statistischer Bezirk 1 Handkatterbach Nussbaum Parfrat Sildgen Statistischer Bezirk 2 Gronau Herborn Haltkamp Stadtmitte Statistischer Bezirk 3 Herrenstrunden Roman Eisand Statistischer Bezirk 4 Asselborn Beerbräuch Herkenrad Statistischer Bezirk 5 Benzberg Bockenberg Kaule Lückerat Meutzfeld Statistischer Bezirk 6 Alt-Refrat Frankenforst Kippe Kausen Lustheide Refrat Geschichte Die alte Stadt Bergisch Gladbach wurde 1271 erstmals als Gladiabach Urkundlich erwähnt. Der Ort entwickelte sich später zum Kern eines aus einer Vielzahl von Wohnplätzen bestehenden Gebietes. Er gehörte zur Grafschaft bzw. zum Herzog Thumberg und wurde von einem Amtmann aus Porz verwaltet. 1806 kam das Gebiet zunächst unter französische Herrschaft dann 1808 in das Großherzog Thumberg und 1815 schließlich an Preußen. Dort gehörte es zunächst zur Provinz Jülich-Kleweberg und ab 1822 zur Rhein-Provinz. Innerhalb Preußens gehörten die Siedlungen zunächst zum Kreis Müllheim am Rhein. 1848 tauchte der Zusatz Bergisch erstmals in einem Poststempel auf, wenn gleich er seit Beginn des 19. Jahrhunderts hin und wieder genannt wurde. 1856 erhielt Bergisch Gladbach die Stadtrechte. Die junge Stadt hatte etwa 5000 Einwohner. Ab 1863 trug die Stadt insbesondere zur Unterscheidung von München-Gladbach offiziell den Namens Zusatz Bergisch. Nachdem Müllheim am Rhein 1914 in die Stadt Köln eingegliedert worden war, entstand 1932 aus dem Restkreis Müllheim und dem Kreis Wipper führt der Rheinisch-Bergische Kreis. Bergisch Gladbach wurde Kreissitz. Im Zweiten Weltkrieg wurden Bergisch Gladbach und das Umland weitgehend von Zerstörungen verschont. Im Zuge der Gebietsreform wurden Bergisch Gladbach und Benzberg unter Einbeziehung des Ortsteils Zildgen am 1. Januar 1975 zur neuen Stadt Bergisch Gladbach vereinigt. Die Stadt blieb Kreisstadt des etwas vergrößerten Rheinisch-Bergischen Kreises. Bereits 1977 überschritt die Einwohnerzahl die Hunderttausendergrenze und Bergisch Gladbach wurde Großstadt. Mit der Zusammenlegung der beiden Städte Bergisch Gladbach und Benzberg zur neuen Stadt Bergisch Gladbach im Jahr 1975 musste man auch neue Strukturen organisieren. Man entschied sich dafür Wohnplätze einzuführen, die teilweise nicht mehr mit den früheren und von den Einwohnern gefühlten Stadtteilen übereinstimmten. Beispielsweise hatten beide Städte Zentren, die man nicht mehr als solche bezeichnen wollte. Der neue Wohnplatz Benzberg behielt mit seinem Zentrum insgesamt den alten Namen. Für die Mitte der alten Stadt Bergisch Gladbach wählte man die Bezeichnung Gladbach. Dies führte vereinzelt zu Missverständnissen, daher beschloss der Rat der Stadt am 12. Januar 1999, dass die Bezeichnung Bergisch Gladbach nun für das gesamte Stadtgebiet gelten soll. Für den bisherigen Wohnplatz Gladbach entschied der Rat, die Bezeichnung Stadtmitte einzuführen. Sie besteht aber keineswegs als Zentrum nur um den Konrad-Adenauer-Platz herum. Sie ist viel größer und hat teilweise noch Gebiete von anderen ehemaligen Stadtteilen hinzu erworben. Beispielsweise ging der frühere Stadtteil Gronau früher bis zum Driescher Kreuz. Mit der Neugliederung endete Gronau am Bahndamm. Was dazwischen lag, wurde der Stadtmitte zugeschlagen, sogar das Gronauer Wirtshaus. Auch die Gartensiedlung Gronauer Wald gehörte neuerdings zu Heidkamp. Die Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen. Das Stadtarchiv Bergisch Gladbach sichert die historische Überlieferung der Städte Bergisch Gladbach und Benzberg sowie ihrer Wohnplätze und Vorgängergemeinden und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Das in der Stadtmitte gelegene Stadtarchiv gibt eine eigene Buchreihe zur Stadtgeschichte heraus. Religionen Das Gebiet der heutigen Großstadt Bergisch Gladbach gehörte schon von Anfang an zum Erzbesturm Köln bzw. zu dessen Archidiakonat des Propstes von St. Kunibet Dekanat Deutz. Als älteste Pfarrkirche im Stadtgebiet gilt die Kirche Sankt, Clemens in Pafrat. Von der Clemens Pfarrei lösten sich später Gladbach und Sand ab. Von Pafrat und Gladbach wurden im 19. und 20. Jahrhundert weitere Pfarreien abgepfarrt. So 1912 Hebron und 1926 Gronau. Seit 1827 gehörten alle katholischen Pfarrgemeinden der Gegend zum Dekanat Müllheim am Rhein. Benzberg wurde 1896 Sitz eines eigenen Dekanats. Heute gehören die Pfarrgemeinden der Stadt zum Dekanat Bergisch Gladbach. Die heutigen katholischen Kirchen der Stadt sind Sankt, Laurentius Sankt, Marienheilige Drei Könige Sankt, Konrad Sankt, Josef Sankt, Clemens Sankt, Severin Herz Jesu Sankt, Johannes der Täufer Sankt, Nikolaus Sankt, Maria Königin Sankt, Antonius Abbas Sankt, Josef Sankt, Elisabeth und Sankt, Johann Baptist. In Bergisch Gladbach traten 1582 erstmals auch reformierte Papiermacher auf. Sie gehörten ab 1589 zur Bergischen Synode. 1610 bis 1621 gab es für Bergisch Gladbach und Benzberg einen reformierten Pfarrer. Den Gemeindegliedern wurde die Benzberger Kirche überlassen. In der Folgezeit wurde die Gegend wieder nahezu komplett katholisch, doch wurden die Protestanten weiter geduldet. Bis 1638 bildeten sie in Benzberg noch eine heimliche Gemeinde und wurden danach von Müllheim am Rhein aus betreut. 1775 gründete der Papierfabrikant Heinrich Schnabel in Bergisch Gladbach wieder eine eigene reformierte Gemeinde, die 1776 eine eigene Kirche baute. Die heutige Evangelische Gnadenkirche. Die Gemeinde gehörte zur Düsseldorfer Klasse. In jener Zeit entstand auch eine lutherische Gemeinde. Beide vereinigten sich 1817 zur Evangelischen Gemeinde Gladbach, nachdem seiner Zeit im gesamten Königreich Preußen, zu dem das Gebiet inzwischen gehörte, die Union zwischen reformierten und lutherischen Gemeinden zur Evangelischen Kirche in Preußen vollzogen worden war. Die Gemeinde Gliederbergisch Gladbachs gehörten dann zur Müllheimer Synode bzw. Müllheimer Klasse und kamen später zum Kirchenkreis Köln innerhalb der Rheinischen Provinzialkirche, aus der die heutige Evangelische Kirche im Rheinland hervorging. Auch in Benzberg ließen sich im 19. Jahrhundert wieder Protestanten nieder. Sie hielten im Benzberger Schloss ihre Gottesdienste ab. Die Pfarrer kamen aus Bergisch Gladbach. 1937-38 konnte die kleine Gemeinde jedoch eine eigene Kirche bauen. Seit der Aufteilung des Kirchenkreises Köln im Jahre 1964 gehören die Kirchengemeinden der Stadt Bergisch Gladbach zum Kirchenkreis. Köln rechtsrheinisch innerhalb des Evangelischen Stadtkirchenverbands Köln der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die heutigen Evangelischen Kirchen der Stadt sind Gnadenkirche, Heiliggeistkirche, Kirche zum Frieden, Gotteskirche zum Heilsbrunn, Andreaskirche, Evangelische Kirche, Bensberg, Evangelische Kirche, Refrat, Evangelische Kirche, Kippe, Kausen sowie Evangelische Kirche, Herkenrath. Neben den beiden großen Kirchen gibt erst zwei evangelisch-freikirchliche Gemeinden, die siebenten Tagsadventisten, die Neuapostolische Kirche und eine freie evangelische Gemeinde. Zum 150-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 2006 ist eine Dokumentation zur Entwicklung der Glaubensgemeinschaften in Bergisch Gladbach von 1945 bis heute erschienen. 45,9% der Einwohner gehören der römisch-katholischen Kirche an, 21,2% sind evangelisch und etwa 33% sind Anhänger anderer Religionen, darunter Moslems, Al-Effiten, Ba'i und Juden oder gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Einwohnerentwicklung 1895 hatte Bergisch Gladbach rund 10.000 Einwohner, bis 1933 verdoppelte sich diese Zahl, bis 1960 kam es zu einer weiteren Verdoppelung auf rund 40.000 Einwohner. Am 1. Januar 1975 schlossen sich Bergisch Gladbach mit 51.771 Einwohnern 1974, der größte Teil der Stadt Benzberg mit 47.209 Einwohnern 1974 und der Ortsteil Siltgen der Gemeinde Odental zur neuen Stadt Bergisch Gladbach. Zusammen, 1977 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Bergisch Gladbach die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1810 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die ortsanwesende Bevölkerung. Ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. Politik Die meisten Siedlungen im heutigen Stadtgebiet Bergisch Gladbachs blieben bis ins 19. Jahrhundert relativ unbedeutend. Das ganze Gebiet wurde vom Amtmann bzw. Oberamtmann im Putz verwaltet. Seit dem 17. Jahrhundert hatte dieser einen Amtsverwalter. Ihm unterstanden zum einen der Oberschultheiß in Benzberg, der für die Verwaltung sowie für Polizeiaufgaben zuständig war und andererseits der Kellner in Benzberg für die Dominalgüter und Steuern. Beide hatten in Bergisch Gladbach ihre Organe, Schatzheber, Vorsteher, Boote und Schöfen. 1808 wurde in Bergisch Gladbach die Munizipalverfassung eingeführt. Danach stand an der Spitze der Gemeinde der Mär, dem Adjutanten als Beigeordnete zur Seite standen. Aus der Mary wurde 1813 die Bürgermeisterei mit einem Bürgermeister und einem Gemeinderat, der auch nach der Stadterhebung 1856 beibehalten wurde. Jedoch erhöhte sich die Zahl der Stadtverordneten später von 18 auf 24. Auch in Benzberg gab es im 19. Jahrhundert einen Bürgermeister und einen Gemeinderat. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden die Bürgermeister beider Gemeinden von der NSDAP eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Militärregierung der britischen Besatzungszone jeweils einen neuen Bürgermeister ein und 1946 führte sie die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild ein. Danach gab es einen vom Volk gewählten Rat der Stadt, dessen Mitglieder waren Stadtverordnete. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den Bürgermeister als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, der ehrenamtlich tätig war, sowie ab 1946 einen hauptamtlichen Stadtdirektor als Leiter der Stadtverwaltung. Seit der Vereinigung beider Städte 1975 gab es nur noch einen gemeinsamen Bürgermeister und einen Stadtdirektor. 1999 wurde die Doppelspitze in der Stadtverwaltung aufgegeben. Seither gibt es nur noch den hauptamtlichen Bürgermeister. Dieser ist Vorsitzender des Rates, Leiter der Stadtverwaltung und Repräsentant der Stadt. Er wird direkt vom Volk gewählt. Am 21. September 2003 verhinderte ein Bürgerentscheid, dass das Abwasserwerk Bergisch Gladbachs einschließlich des gesamten Kanalnetzes Bestandteil eines Cross-Border-Leasing-Vertrages wurde. Siehe auch, Kommunalwahlen in Bergisch Gladbach. Der Stadtrat ist die kommunale Volksvertretung der Stadt Bergisch Gladbach. Über die Vergabe der 58 Sitze entscheiden die Bürger alle sechs Jahre in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl. Durch Überhangmandate und Ausgleichsmandate hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach nach der Kommunalwahl 2014 62 Sitze. Das für die Wählergruppe Demokrative 14 gewählte Ratsmitglied ist nach der Wahl der Alternative für Deutschland und ihrer Ratsfraktion beigetreten, wodurch sich die Zahl der AfD-Ratsmitglieder auf vier erhöhte. Bürgermeister von 1808 bis heute 1808 zu 1820 Franz Heinrich Faut 1820 zu 1842 Johann Anton Kulter 1842 zu 1847 Heinrich August Kulter 1847 zu 1863 Jakob Herweg 1863 zu 1892 August Klostermann 1892 zu 1896 Karl Lechelmeier 1897 zu 1914 Bernhard Schröter 1914 zu 1920 Hermann Pütz 1921 zu 1928 Johann Odenthal 1928 zu 1933 Franz Weber 1933 zu 1939 Franz Alfons Jacke 1939 zu 1945 Walter Kappes 1945 zu 1946 Josef Geiser 1946 zu 1950 Franz Josef Heider 1950 zu 1952 Ignaz Tenkhoff 1952 zu 1956 Moritz Zweig 1956 zu 1957 Johann Mick 1957 zu 1963 Fritz Wachendorf 1963 zu 1974 Heinz Fröhling 1975 zu 1984 Franz Karl Burgmar 1984 zu 1989 Franz Heinrich Krei 1989 zu 1994 Holger Pfleger 1994 zu 2004 Maria Theresia O'Pladen 2004 zu 2009 Klaus Ort seit 21 Oktober 2009 Lutz Zorbach Stadtdirektorin von 1946 Lutz Zorbach Stadtdirektoren von 1946 bis 199 999 194 61947 Alois Nell 1947 zu 1948 Josef Hermanns 1948 zu 1969 Peter Kentnich 1970 zu 1995 Otto Fell 1995 zu 1999 1899 Hans-Joachim Franke, Wappen, Flagge und Banner Der Stadtbergisch Gladbach ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten in Köln vom 6. April 1977 das Recht zur Führung eines Wappens, eines Siegels und einer Flagge sowie eines Banners verliehen worden. Beschreibung der Flagge laut Hauptsatzung Die Flagge hat in waagerechter Aufteilung die Farben grün-weiß-grün. Die beiden äußeren grünen Streifen nehmen je ein Sechstel. Der mittlere weiße Streifen nimmt vier Sechstel der Flaggenbreite ein. Tatsächlich werden verschiedene Ausführungen der Flagge bzw. Banner gezeigt. Wappen von 1905 zu 1977 Wappen der E.M. Stadt Benzberg Flagge, Banner, Alternative Flagge, Alternatives Banner, Städtepartnerschaften, Kultur und Sehenswürdigkeiten Eine überregional bekannte Sehenswürdigkeit und eines der Wahrzeichen der Stadt ist das in der Bevölkerung anfangs umstrittene Rathaus im Stadtteil, Benzberg. Ein Entwurf des Architekten Gottfried Böhm, der den Neubau in die alte Burganlage integrierte, statt diese zu restaurieren. Vom selben Architekten stammt auch das Bürgerhaus Bergischer Löwe, die katholische Herz-Jesu-Kirche im Stadtteil Siltgen sowie das Kinderdorf Berzenien im Stadtteil Refrat. Das wohl älteste Bauwerk der Stadt und im rheinisch-bergischen Kreis ist die Taufkirche in Refrat. Sie wurde vom 10. bis zum 12. Jahrhundert erbaut und steht auf den Fundamenten einer Holzkirche aus dem 9. Jahrhundert. Auch der anliegende kleine Friedhof mit seinen alten Grabsteinen ist sehenswert. An weiteren Kirchen sind zu erwähnen. St. Laurentius Katholische Hauptpfarrkirche der Stadt im neuromanischen Stil, die in mehreren Bauphasen entstand und erst Anfang des 20. Jahrhunderts fertiggestellt wurde. Im Innern sind vor allem die heiligen Figuren aus dem Jahre 1411 und der Kirchenschatz sehenswert. Ferner die Evangelische Gnadenkirche, die 1776 als reformierte Kirche erbaut wurde. In Benzberg ist die Pfarrkirche Sankt Nikolaus die katholische Hauptkirche. Die Evangelische Kirche wurde erst 1937, 38. errichtet. Weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt sind Schloss Benzberg, das von 1703 bis 1711 vom venezianischen Architekten Matteo Dalberti erbaute Jagdschloss des Kurfürsten Jan Wellem in Benzberg. An dem zentral in der Stadtmitte gelegenen Konrad-Adenauer-Platz steht das 1905-1906. im historistischen Stil erbaute Rathaus Bergisch Gladbach des Architekten Ludwig Bobb. Dort stehen auch die Villa Zanders und das Bürgerhaus Bergischer Löwe. In der ehemaligen Stadtvilla von Hans Wilhelm Zanders ist heute der Altenberger Domverein und die papiergeschichtlichen Sammlung Zanders untergebracht. Zu den Museen gehören das Papiermuseum Alte Dombach, das Bergische Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe, das Schulmuseum Bergisch Gladbach Sammlung Küppers und das Kindergartenmuseum Nordrhein-Westfalen. Im Stadtteil Bockenberg liegt auf der Höhe das 1924 von dem Architekten Bernhard Rotterdam als Priesterseminar erbaute Kardinalschulterhaus, das heute die Thomas-Moros-Akademie Benzberg in Trägerschaft des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln beherbergt. Zwei Restaurants in Bergisch Gladbach bekamen in der Vergangenheit Auszeichnungen des Restaurantführers Goldmilau. Beide wurden auch mit Michelin Sternen ausgezeichnet. Joachim Wissler im Restaurant Wendome im Schloss Benzberg mit drei Sternen. Dieter Müller im Schloss Leerbach von Februar 1992 bis Februar 2008 mit drei Sternen. Im unmittelbaren Anschluss Nils Henkel kurzzeitig ebenfalls mit drei Sternen, dann mit zwei Sternen, bis Henkel 2011 ein dritter Stern aberkannt wurde, war Bergisch Gladbach neben Bayersbronn der einzige Ort in Deutschland mit zwei drei Sterne Restaurants. Das Restaurant von Henkel schloss allerdings Anfang 2015. Der Stadtverband Kultur verleiht einmal jährlich den nach Ludwig Bob benannten Kulturpreis der Bob für überragende Projekte künstlerischer Zusammenarbeit. Siehe auch Liste der Baudenkmäler in Bergisch Gladbach, Liste der Bodendenkmäler in Bergisch Gladbach, Liste der Stolpersteine in Bergisch Gladbach, Liste der Museen im Rheinisch-Bergischen Kreis, die Mühlen an der Strunde. Umfangreich ist die Literatur über die Mühlen an der Strunde, deren genaue Anzahl jedoch unbekannt ist. Um 1846 waren es 51 Mühlen, die aufgezählt wurden. Vollfunktionsfähig erhalten ist heute nur noch die Edelsfelder Mühle, Wirtschaft und Industrie. Die Geschichte der Zanders Papierfabrik beginnt im Jahr 1822. Dieses Unternehmen war viele Jahrzehnte lang der größte Arbeitgeber in der Stadt. Die Betriebsgebäude stehen in der Stadtmitte. Der J.U.H. Heider Verlag ist 1889 gegründet worden. Er hat seinen Betrieb an der Pafrater Straße. Der Lebensmittelhersteller Krüger gehört seit den 1970er Jahren zu den führenden Lebensmittelherstellern Deutschlands. Der Betrieb befindet sich im Gewerbegebiet Zlinghütte. Die Verlagsgruppe Lübbe mit dem Bastai Verlag hatte ihren Sitz bis 2009 in Bergisch Gladbach an der Scheidbachstraße. Das Biotechnologieunternehmen Melanie Biotech hat seinen Hauptsitz in der Stadt. Im Gewerbegebiet Technologiepark Bergisch Gladbach haben sich auf einer Fläche von 75.000 Quadratmetern etwa 110 kleine und mittelständische Unternehmen angesiedelt. Infrastruktur Durch das südliche Stadtgebiet führt die Bundesautobahn 4 von Köln nach Olpe, die im Westen der Stadt bereits auf Kölner Stadtgebiet die A3 Frankfurt Köln-Oberhausen kreuzt. Ferner führen die Bundesstraßen 55 und 506 durch das Stadtgebiet. In Bergisch Gladbach waren am 1. Januar 2012 67.530 Kraftfahrzeuge zugelassen. Davon waren 59.541 Pkw, 4746 Krafträder und 3.243 Nutzfahrzeuge. Vom Bahnhof Bergisch Gladbach in der Stadtmitte aus verkehrt die S-Bahnlinie 11 unter der Woche im 20-Minuten-Takt bzw. im 30-Minuten-Takt am Wochenende nach Köln und weiter bis zum Flughafen Düsseldorf. Ein zweiter Haltepunkt besteht dabei in Dukterat. Die Stadtbahnlinie 1 fährt vom U-Bahnhof Bensberg über den Neumarkt in Köln nach Köln-Weiden. Eine weitere direkte Verbindung nach Köln besteht mit dem Schnellbus vom Bensberger Busbahnhof direkt zum Kölner Hauptbahnhof. Der Busbahnhof am S-Bahnhof in der Stadtmitte und der Bensberger Busbahnhof dienen als zentrale Knoten- und Umsteigepunkte sowohl von den Buslinien zur S-Bahn bzw. Stadtbahn als auch zwischen den Buslinien untereinander. Der Busverkehr in Bergisch Gladbach und Umgebung wird von zwei verschiedenen Unternehmen, dem Kraftverkehr Wuppersieg und der Regionalverkehr Köln, durchgeführt. Es gilt der einheitliche Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg. Die Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach ist der zuständige Aufgabenträger für den ÖPNV in Bergisch Gladbach. Siehe auch, Medien die Tageszeitungen Kölnische Rundschau und Kölner Stadtanzeiger unterhalten Lokalredaktionen in der Innenstadt, die für die jeweiligen werktäglichen Lokalteile der Publikationen zuständig sind. Das Bergische Handelsblatt Ein wöchentlich kostenfrei verteiltes Direktwerbungsmedium im Zeitungsformat mit redaktionellem Schwerpunkt auf lokalen Ereignissen der Region, ist in Bergisch Gladbach ansässig. In Bergisch Gladbach erscheinen zwei monatliche Zeitschriften, gekompakt an alle Haushalte in Bergisch Gladbach sowie Franz Pär Auslage in Kneipen und anderen Lokalitäten. Bergisch Gladbach ist Sitz der Kreisverwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises. Bergisch Gladbach-Benzberg ist seit 1983 Sitz der Bundesanstalt für Straßenwesen sowie der Erdbebenstation Benzberg, einer Einrichtung der Universität zu Köln. Im Ortsteil Meutzfeld ist der Spitzenverband der Innungskrankenkassen ansässig. Veranstaltungen jedes Jahr im Herbst finden die Bergischen Bautage statt. Im April 2008 veranstaltete der Rheinisch-Bergische Kreis in Bergisch Gladbach den ersten Tag der Rheinisch-Bergischen Geschichte. Alljährlich führt ein Teil der Strecke von rund um Köln durch Bergisch Gladbach. Das Streckenhighlight ist die Bergwertung über die Kopfsteinpflasterpassage am Schloss Benzberg. Im Stadtteil Refrat findet einmal im Jahr das Radrennen rund in Refrat statt, das vom Radsportverein Staubwolke Refrat veranstaltet wird. Untertitelung aufgrund der Rheinisch-Bergische Kreis